Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2402 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Von hier aus kann man das ganze Tal überblicken. Auch das Neubaugebiet ist hier zu sehen. Von hier aus kann man das ganze Tal überblicken. Auch das Neubaugebiet ist hier zu sehen. Von hier aus kann man das ganze Tal überblicken. Auch das Neubaugebiet ist hier zu sehen. Ich habe in vielen Call-Centern gearbeitet. Dieses Call-Center behandelt Kunden und Mitarbeiter fair. Ich habe in vielen Call-Centern gearbeitet. Dieses Call-Center behandelt Kunden und Mitarbeiter fair. Ich habe in vielen Call-Centern gearbeitet. Dieses Call-Center behandelt Kunden und Mitarbeiter fair. Ich habe in vielen Call-Centern gearbeitet. 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 Wir können es so machen, wie wir es geplant haben. Ich habe das gründlich analysiert. Wir können es so machen, wie wir es geplant haben. Versuche, im Sitzen mit den Händen deine Zehen zu erreichen. Versuche, im Sitzen mit den Händen deine Zehen zu erreichen. Gerade in der warmen Jahreszeit sieht man viele Menschen, die ihre Wasserflasche niemals ablegen. Gerade in der warmen Jahreszeit sieht man viele Menschen, die ihre Wasserflasche niemals ablegen. Wir frühstücken meist gemeinsam und unterhalten uns angeregt über die unterschiedlichsten Themen. Es ist so schwer in der Schule. Ich muss so viel lernen und so viele Bücher lesen. Das ist genau die Musik, die ich mag und die ich immer wieder hören möchte. Das ist genau die Musik, die ich mag und die ich immer wieder hören möchte. Ich glaube, ich muss über deinen Vorschlag erst einmal gründlich nachdenken. Ich glaube, ich muss über deinen Vorschlag erst einmal gründlich nachdenken. Der Referent erläutert das Thema anhand anschaulicher Beispiele aus dem Geschäftsleben. Jetzt kommen einige Wiederholungen. In diesem Raum ist es zu warm. Kann ich den Ventilator einschalten? Du kannst diese Sachen mitnehmen, weil ich sie nicht mehr brauche. Du kannst diese Sachen mitnehmen, weil ich sie nicht mehr brauche. Ich hänge die neuen Ideen an die Tafel, sodass sie alle sehen können. Ich hänge die neuen Ideen an die Tafel, sodass sie alle sehen können. Ich hänge die neuen Ideen an die Tafel, sodass sie alle sehen können. Der Laptop lenkt mich von der Meditation ab. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Du hast den Applaus wirklich verdient. Das war eine Spitzenleistung. Das war eine Spitzenleistung. Der Reifenhändler hat viele Reifen in verschiedenen Größen. Der Reifenhändler hat viele Reifen in verschiedenen Größen. Kannst du die Lampe aufhängen? Ich habe das Werkzeug dafür bereitgelegt. Seit ich Rentner bin, laufe ich jeden Morgen wenigstens zehn Kilometer. In den Niederlanden gibt es riesige Tulpenfelder. In den Niederlanden gibt es riesige Tulpenfelder. In den Niederlanden gibt es riesige Tulpenfelder. Wie kommst du in der Schule voran? Wie sind deine Noten in Mathematik? Nach dem Trocknen hänge ich die Kleidung auf einen Kleiderbügel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die Kleidung auf eine kleine Kleidung. Vielen Dank.